Herzlich Willkommen in Knolles Markt in Seevetal, Ramelsloh. Mein Name ist Dolle Thalmann-Dreger. Gemeinsam mit meinem Mann führen wir unser Geschäft bereits in der dritten Generation. Inzwischen hat unser Markt eine Verkaufsfläche von 2300 Quadratmetern mit einer Wein- und Spiritosenabteilung von 140 Quadratmetern. Diese wird mit Begeisterung und Leidenschaft von meiner Schwester Ulrike Kordes geführt. Auch ich heiße Sie herzlich Willkommen in Knolles Markt und ganz besonders in unserer Weinabteilung, die ich mit der Unterstützung von zwei weiteren Mitarbeitern betreue. Unser Sortiment umfasst 1350 Weine und 650 Spirituosen. Unser Schwerpunkt liegt auf deutschem Wein, sowohl aus konventionellem als auch aus biologischem Anbau. Darüber hinaus verfügen wir über eine große Auswahl an Wein aus Europa und Übersee. Dank unserer Weinexpertisen direkt am Regal können sich unsere Kunden jederzeit detailliert informieren. Alle Weine werden auf Wunsch auch gerne als Präsent verpackt. Des Weiteren verfügen wir über ein breites Angebot an Spirituosen. Besonders hervorzuheben ist unser umfangreiches Angebot an Whisky-Sorten, karibischen Rum-Spezialitäten, Obstbränden und Spirituosen aus der Region. Selbstverständlich gibt es regelmäßige Verkostungen. Ein Highlight ist dabei unser jährlicher Weinabend. Wir kaufen auf Messen wie der ProWein, bei Handelsfachagenturen sowie direkt beim Winzer. Denn nur Weine, von denen ich wirklich überzeugt bin, kann ich mit Begeisterung verkaufen. Und nur so kann ich auch den Kunden begeistern. So entstand auch die Idee zu unseren hauseigenen Knolles-Markt-Wein. Unser Motto, Knolles-Markt umsorgt sie, gilt für die Weinabteilung wie für das ganze Geschäft. Und wir möchten uns herzlich bei allen Kunden bedanken, die uns mit ihrer Stimme unterstützt haben. Wir freuen uns auf einen netten Abend in Köln. Zum Wohl! Köln 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 Köln